Mein Name ist Mario Trobitsch, ich leite die Competence Unit für Cooperative Digital Technologies hier am Austrian Institute of Technologies. Wir entwickeln seit vielen Jahren Messnetzwerke für die Emissionsmessung in österreichischen Städten und auf der anderen Seite betreuen wir Emissionskataster für die Erhebung von Emissionsquellen und Emittern in Österreich. Basierend auf diesen Tools entwickeln wir im Projekt Clarity neue Climate Services. Die es basierend auf bestehenden Daten den Städten ermöglichen, neue Klimaschutzmaßnahmen zu evaluieren, ihren Einfluss auf die Bevölkerung in den Städten zu untersuchen und damit zielgerichtet Maßnahmen zum Klimaschutz und für die Adaption hinsichtlich des Klimawandels zu setzen.